ja jetzt ist anfang februar weihnachten in griechenland die mädels packen gerade die spenden aus deutschland aus und immer wieder wird ein bravo di richarda skandiert also wir sind beim auspacken und bedanken uns bei allen menschen die gespendet haben für unsere hunde wir freuen uns sehr okay allzu viele liebe grüße hier aus kawala mit den strahlenden mädels ha 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 thank you